Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Es ist soweit, das TOT steht an. Am Montag kommt es raus. Wir haben hier heute gut was zum Anschauen. Wir haben nämlich ordentliche Leaks. Wir wissen jetzt eigentlich schon, wie das Ganze komplett aufgebaut ist. Das gucken wir uns jetzt gleich auch gemeinsam an. Gemeinsam gehen wir vielleicht dann auch am Montag rein. Ich überlege ja und es sieht eigentlich auch sehr, sehr gut aus, dass ich am Montag dann zum TOTS Event live bin. So gegen 16 Uhr, weil eigentlich, wenn es ja richtig so kommt wie immer, müsste ja irgendwie früh um 2 Uhr oder so rauskommen. Und dann könnten wir 16 Uhr schön gemeinsam rein starten. Würde sich auf jeden Fall bei mir anbieten. Ich kann aber noch nicht ganz alles versprechen. Muss noch gucken, wie sich andere Termine bei mir verhalten. Aber ich hätte auf jeden Fall großen, große, große Lust drauf, da live zu sein, mit euch reinzugehen. Es gibt richtig geile Packs, Leute. Wir können da richtig geiles Zeug öffnen. Und ich würde sagen, also soweit sieht es erstmal ganz gut aus. Ich sage aber nochmal spätestens morgen dann auf jeden Fall Bescheid, wie es dann genauestens dort läuft. Und ja, weil es kommt ja wirklich Montag früh raus und dann wäre es ja Montagnachmittag perfekt eigentlich. Also mal gucken, mal schauen. Kann ich noch nicht genau sagen, aber sieht an sich ganz gut aus. Okay, wir gehen mal rein hier. Holen uns nochmal schnell diesen, äh, die drei Packs ab. Perfekt. Ist ja sowieso nichts, uh, doch was krasses drin. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, nehme ich halt mit. Ähm, umtausch kann ich tatsächlich auch nochmal schnell was hier mitnehmen. Da kriege ich noch ein tägliches Pack. Komm, das nehmen wir einfach nochmal mit. Zack, zack. Ähm, eine 71er hier rein. Und was bekommen wir aus dem täglichen Umtausch? Wir bekommen keinen Walkout, aber ein 84er. Ich glaube, es ist auch ganz gut nochmal die Spieler auch noch ein paar so zu bekommen. Weil es gibt auf jeden Fall dann richtig krasse Umtauschdinger da im Tots. Da kann man dann ordentlich, äh, reinhauen. Äh, von dem Zeug, was er noch da hat. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich aktuell noch recht viele Spieler zur Verfügung habe. Ähm, ich würde nochmal schauen bei Quests. Ich glaube, ich muss nämlich noch Centurions. Genau, Centurions reisen, da machen wir noch schnell. Äh, da habe ich auch heute noch nicht gespielt insgesamt. Das kriegt man aber noch hin. Weil es wird auch wieder einen Umtausch geben von den Centurions-Punkten für Tots Zeug. Genau, wo landen wir? Wo kommen wir hin? Wir kommen zu, äh, 10.000 Coins. Schade. Ist jetzt nicht ganz so viel, aber nehme ich dann halt mit. Okay, perfekt. Und das heißt, wir können hier noch einmal das Ding hier abholen. Und dann nochmal ein Standard-Pack. Auch ganz cool. Nehmen wir mit. Standard-Pack, äh, Centurions. Warum auch nicht? Vielleicht haben wir nochmal Glück. Haben wir nicht. Perfekt. Aber die Spieler nehmen wir natürlich ganz gerne mit. Äh, warum denn auch nicht? Und dann können wir damit bestimmt dann auch, äh, zum Torz nochmal mit allen möglichen rein starten. Mit allen möglichen Dingen. Und ich glaube, wir fangen jetzt auch an. Wir gucken uns das Ganze mal an. Da fangen wir an auf X oder auf Twitter. Wie auch immer ihr das Ganze jetzt mittlerweile nennt. Da hat nämlich EA zuallererst was gepostet. Und dann schauen wir natürlich noch zum Livestream. Denn da wurde alles geleakt zum Event. Also, das heißt, let's go. Ich würde sagen, erstmal rüber zu Twitter. Das hier wurde nämlich gepostet. Sehr, sehr geil. Weil wir sehen auch gleich mal, ähm, weil er dann genau damit gemeint ist. Aber an sich schon mal die Karten. Ey, das Design sieht wirklich absolut geil aus. Das kann man hier einfach mal sagen. 99, 98, 97er. Icons mit am Start hier. Boah. Und auch diese Animation, diese animierten Karten, die sehen einfach, die sehen einfach richtig geil aus. 99, ähm, ZM ist klar, ist Vieira. 98, Stürmer ist Dolglish. Und 97er ist Cavalio. Cavalio heißt er, stimmt. Riccardo Cavalio heißt er. Ähm, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir natürlich noch mal ein bisschen weiter, was EA jetzt wirklich geleakt hat. Wie das Ganze aussehen wird. Das wurde alles im Livestream gemacht. Und da gehen wir jetzt einfach mal rüber. Das Ganze fand wie immer auf dem EA Sports FC Mobile Kanal statt. Also, wenn ihr dann mal gerne nachschauen wollt, wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, wenn ihr noch nicht alles gesehen habt, wenn ihr noch mehr Stats und alles Mögliche zu Spielern sehen wollt, dann guckt euch das Ganze an. Wir skippen natürlich hier einfach mal durch. Ähm, ich hab mir das auch schon natürlich angeschaut, ist ja klar. Und dann können wir hier die wichtigsten Dinge uns gemeinsam mal anschauen. Natürlich alles wieder präsentiert vom, ähm, ja, von einem EA Mitarbeiter. Und hier haben wir schon die Spieler fürs Premier League Tots direkt da. Ja, mit einem Erling Haaland, Van Dijk, Rice, De Bruyne, Saliba. Das sieht schon richtig, richtig krass aus. Mo Salah ist auch diesmal wieder mit dabei hier, genau. Und, ähm, ja, also braucht man nicht viel zu sagen. Wirklich, wirklich geil. Ähm, geile Spieler, geile Karten dabei. Ich würde sogar sagen, der Erling, der sieht schon echt, echt saftig aus. Kann ich mir sogar vielleicht vorstellen. Der Virgil sieht auch sehr, sehr stark aus. Rice auch sehr stark. De Bruyne könnte ich mir auch vorstellen. Und Saliba eigentlich auch. Also eigentlich alles, was 97 ist oder mehr. Also, puh, boah. Das ist schon mal eine ordentliche Sache. Leute, wen wollt ihr davon spielen? Schreibt's gern mal in die Kommentare. Also wirklich super. Super, super, super. Und so sieht das Ganze dann aus. Also Team of the Season Event mit Main, Main Kapitel, also Hauptkapitel. Ihr seht schon den Star Pass mit einem Franck Ribéry hier. Franck Ribéry ist auch am Start. Sehr, sehr cool. Da überlege ich tatsächlich auch, ob ich den vielleicht als LF spiele. Also auf jeden Fall werde ich mir den Pass holen. Daran geht kein Weg dran vorbei. Und, also doch, vielleicht schon. Aber ich werde den auf jeden Fall mir holen. Und dann schauen wir mal, ob ich den Franck dann auch spielen würde. Okay, also tägliches Aufwärmen kann man hier machen. Man kriegt dann Spieler. Diesmal eben auch. Ja, ihr seht's. Die sind leider untradeable. Ist halt ein bisschen schade. Aber es gibt hier Saint-Maximin. Es gibt Bundesliga-Spieler. Es gibt Ligue 1-Spieler. Es gibt La Liga-Spieler. Also da kommt natürlich wieder einiges auf uns zu. Und nachdem man 40 Mal gespielt hat, das tägliche Warm-Up, bekommt man einen TOTS-Spieler. Garantiert leider eben auch untradeable. Aber hier seht ihr nochmal auch hier Viera van Dijk auf einmal. Die gibt es aber eben, wie ihr hier seht, nur im Shop. Also die wird es nicht irgendwie so zu erspielen geben, sondern die sind nur in den Packs drin. Da braucht man eben Pack-Lack, ne? Und ich weiß nicht, ob das dann so ausgeprägt ist. Ja, gut. Ich habe mein ganzes Pack-Lack wahrscheinlich mittlerweile schon verspielt. Aber wir werden sehen, was dann da genau rauskommt. Finde ich, by the way, auch ein bisschen komisch, dass Cole Palmer einfach nur 94 hat. Ich hätte dem eigentlich mehr zugetraut, weil der so krass ist. Der hat ja gefühlt die ganze Chelsea-Mannschaft im Rucksack. Aber okay. Genau. Premier League TOTS sieht eigentlich gar nicht mal so spektakulär aus. Wir können hier durchgehen mit den verschiedenen Punkten, die wir eben bekommen im Hauptkapitel. Wir kriegen hier nochmal die Punkte für A, können dann hier nochmal weitergehen, können dann hier die ganzen Schlösser aufbrechen. Und zum Schluss das Zeug, was man bekommt, sieht eigentlich gar nicht mal so geil aus. Also Bowen, Maino und Mascherano. Also, ja, ich hole mir halt ein Mascherano. Aber was anderes ist dann halt eben auch nicht drin. Man kann wieder Werbung schauen, man kann wieder dies, das machen. Aber da ist eigentlich nicht wirklich was am Start, muss ich sagen. Da ist wahrscheinlich das Krasseste, wieder nur in den Packs zu haben. Dafür sind halt die Packs ziemlich krass. Also, ja, hin oder her. TOTS-Icons gibt es auch. Kann man natürlich hier auch spielen. Man sieht hier, man kann Versus-Angriff 1 gegen 1 oder ein ganz normales Spiel CPU machen. Kann dann das Ganze bei, ich glaube, bei 20 Punkten, genau, kann man dann sich da was abholen. Gibt es, glaube ich, 20 Punkte oder so. Insgesamt Icons-Punkte, die man dann auch einlösen kann. Da kann man sich so seine eigene Icon kreieren. Oder nicht die eigene, aber da kann man so gucken hier, wie viel OVR hat das, wie viel, was für einen Namen hat das, welche Nation, welche Position. Genau, also wenn man das Ganze abgeschlossen hat, kann man dann hier von 0 von 9, also wenn man alles abgeschlossen hat, dann kriegt man hier eine Untradable-Icon. Ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache an sich. Ja, aber Untradable ist natürlich wieder ein bisschen belastend. Und man braucht natürlich auch ein bisschen Glück, ist ja klar. Aber, und man braucht auch ein paar Punkte, wie man sieht. 225 ist schon mal eine ganze Menge auf jeden Fall. Aber okay, sollte Free-to-Play sein, deswegen, warum auch nicht, ne? TOTS-Arena ist auch am Start tatsächlich. Da kann man auch wieder hier Free Energy bekommen. Man bekommt dreimal TOTS-Arena-Energie am Tag. Dann kann man hier durchballern, kann man auch wieder Versus-Angriff spielen, Head-to-Head. Oder ein ganz normales CPU-Spiel, kann man hier spielen, kriegt dann Arena-Punkte. Und die kann man dann im Endeffekt einlösen. Für krasse Packs seht ihr ja hier 75 bis 99. Oder eben auch dann hier für 92 bis 99. Junge, Junge, ich glaube, da sehe ich mich eigentlich so. Eigentlich sehe ich mich da so. Mascherano, ne, ganz sicher nicht. Ganz sicher kein Mascherano. Ich bin so bei den 92 bis 99er-Packs. Real Talk. Real Talk an der Stelle. Und die Spieler holt sich doch sowieso auch keiner. Die holt sich doch sowieso keiner. Also ich bin da so krass bei diesen, wirklich bei den 92 bis 99er-Packs. Muss man sich einfach mal vorstellen, was das einfach bedeutet. Ja, UTOTS ist auch am Start, Leute. Guckt euch das einfach mal an, was das für ein krasses Design ist hier. Boah, das sieht schon echt krank aus. Das sieht wirklich, wirklich krank aus. Und das ist ja noch nicht mal da. Das kommt erst in 22 Tagen, Leute. Boah, also wirklich eine absolute heftige Sache hier. Also das Design, das ist schon eine ordentliche Sache. Und dann gibt es natürlich hier auch nochmal einen Franck Ribéry. Einfach nochmal random. Hier einen Stevie G. Auch mit am Starten. Touré kriegt man hier auch nochmal random. Also dieser Star Pass sieht auch schon sehr, sehr wild aus. Und auch die Coins, die man bekommt. Also, boah, das ist schon ein ordentlicher Brocken. Einfach nochmal Luis Figo auch zwischendurch. Also warum denn auch nicht? Also den Pass werde ich mir auch holen. Das ist, äh, ja, das ist meiner Meinung nach für mich auf jeden Fall klar. Äh, sonst haben wir hier nochmal natürlich die ganz normalen, ähm, Quests, die man machen kann. Daran hat sich nichts geändert. Und jetzt, Leute, guckt auf die Umtausch-Packs. Guckt auf die Umtausch-Packs. 84 bis 98 Untradable. Fühle ich jetzt nicht so ganz. Ähm, da dachte ich mir auch schon so, oh nee, was soll das denn werden? 2 mal 84, nee, 94 bis 98 Untradable. Also mal Real Talk. Also da dachte ich auch so, wieso noch mehr Untradable-Packs? Und jetzt guckt euch das an. Guckt euch das an. Kein Limit. Und dann 94 bis 99. Okay, aber was braucht man dafür? Wahrscheinlich braucht man für diesen Umtausch 94er-Totz-Spieler oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Oh man, das ist so ein, das ist ein richtig kranker, äh, kranker, äh, ja, Umtausch. Also Leute, wie findet ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Wir haben auch heftige Packs. Guckt euch das einfach mal an. Für 200 FC-Points. 94 bis 99er-Spieler. Also wenn das wirklich so stimmt, wie das hier draufsteht, dann ist es ja geisteskrank, ey. Und dann hier auch für 590 bis 99er. Also was das hier, äh, Leute, was soll denn das, was sind das für Packs? Real Talk, was sind das für Packs? Limited Bundle. Ich fass es nicht, ey. Das ist ja wirklich krass. Und hier kann man wieder umtauschen. Seine Centurions-Punkte, äh, seine Scout-Punkte und eben auch die Pass-Punkte. Eieiei, also das ist wirklich, das ist wirklich eine Sache. Das ist eine Sache für sich. Und dann das Team sieht natürlich auch sehr, sehr krass aus mit den ganzen Spielern hier, die halt bisher auch am Start, äh, sind oder dann auch dann geleakt sind. Natürlich hier Premier League. Da ist ordentlich was mit dabei, ne. Da ist ordentlich was mit dabei. Jetzt werden hier noch die Stats angeschaut. Ähm, das skippen wir jetzt eigentlich mal einfach mal durch. Äh, genau, weil das sind ja nur hier die Stats, dies, das. Also wenn ihr dann nochmal was sehen wollt dazu, dann schaut da gerne hier im Stream vorbei. Ist alles noch online. Kann man sich auch im Nachhinein alles noch anschauen. Und, ja. Also Leute, das heißt, es wird heftig. Ihr seht, es wird krass. Ähm, da wird ordentlich was passieren. Wie findet ihr das Ganze? Welche Spieler wollt ihr haben? Ich würde dann an der Stelle einfach mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Vielleicht am Montag der Livestream. Und bis dahin, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.